Hallo, Welt of Hyrule, Art Nr. Schnaubert, was war 17? Ja, 17. Gut, heute werden wir mit Sir Gerhard den berauschen. Reden? Oh, eigentlich, wir können solche Sachen fragen. Wir gehen schon mal vor, bis Dr. Borwell bei ihm hier angelangt ist. Hey, Zeit auf Vorspulen. Da ist Zelda. Ja, Link ist jetzt nicht mehr. Eure Augen. Link müsste auch hier irgendwo sein. So, nach Zauberfragen. Ob er schon einem Zauber gehört? Ist ja Gerhard. Hey, ich bin in meinem Leben fehl und weit gereist. Aber lass mich dir einen Rat geben. Wenn du Abmärchen hören willst, wendest du dich lieber an ein schwarzhaftes Weibsbild. Man kann vieles behaupten. Man kann von mir vieles behaupten. Ich bin ein Trunkenbold, ein Betrüger. Äh... Ein Trunkenbold, aber kein Klatschmaul. Wo bleibt denn mein Bier? Mh... 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 Okay... Das heißt nicht umsonst Folklore. Vielleicht sollte ich mich anders Weibs verkünden. Also zwei Frauen muss sich auch noch in Zauberfragen. Haben wir hier irgendwo... Mh... 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 Ich glaube es ist besser, wenn ich... Auf den Stadtplatz gehe. Da sind bestimmt ein paar Leute. Zauberflömi... Mh... 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 Ich glaube wir lassen Ihnen mal nach Hause gehen. Mh... Mh... In der Praxis müssen wir jetzt bestimmt auch nur ein paar Leute lassen. Mh... Wusste ich es doch! Eine Elton! so in amal ok ok so ok so ok 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 what 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 oh oh ok come my next please come on ok oh 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 hmm hm hmm 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 Das ist noch nicht so, dass wir die Eugenheit nicht gleich sehen können. Gut. Ja, äh. Aufhören? Vielleicht ist es jetzt das? Äh, wir müssen auch gleich ins Bett gehen. Interessant, es gibt mehrere Visionen, aber der Kerngedanke ist immer derselbe. Hypo-Krasen eintrinken. In das wunschende Haus gehen, in frische Gewänder gehüllt, einen Bund Simsel verbreiten. Einen Spiegel blicken, bis der Fluch gewandt ist. Eine dieser Methoden gibt sicher die Antworten nach der kranken Schwester Karrensucht. Und Schwester Karren die Optionen darlegen. Da steht sie immer noch unten am Meer. Ich kann nicht wählen. Ich habe zu viel Pech, um richtig zu beraten. Du musst entscheiden, welches Heilmittel das bessere ist. Und zwar schnell ich fürchte und Tod verderben. Hilf mir, Adalas Mephisto. Du bist meine einzige Hoffnung. Kannst du mich selber wählen? Okay. Welches Heilmittel wird Adalas Mephisto anwenden? Mir gefällt die Sache mit den Froschresten. Er hätte keine Lust, ein Gläschen Glühwein zu klören und sich selbst wild anzustarren. Ähm, mach das mir im Froschresten. Gut. Also, was brauchen wir hier? Zur richtigen Anwendung dieser uralten Fluchheilung muss ich eine Kröte fangen, sie zu einer Heilpaste zerstampfen? Bäh. Und die gewünschte Person mit Einheiten. Die Amphigensalbe sollte eine Weile einwirken, während ich die Angeweide im Froschresten Wasser tauche. Dazu dürfte sich wohl der Brunnen eignen. Die fangen schon erstmal eine Kröte und reiben wir sie damit ein. Die ganzen Angeweide von der Kröte kommen ins Trinkwasser. Das ist super. Mh, das haben wir, Leute, Krankheiten als erstes müssen wir wohl die Kräute fangen. Wo ist das? Mh, da ist lecker, hier in der Suppe ist, bäh, das ist noch ein bisschen schneller. So. Jäger sein, nein. Hast die Kröte jetzt gefangen. Also, wenn wir das Kröte jetzt gut mit Jägeren, also... Jäger sammeln. Ja. Ja. Ja, das spielt egal. Komm, mach. Komm. Ja, das macht Sinn. Gut, jetzt geht's dann mal nach Hause. Und sofort muss jetzt mit der Kröte und den Egel in der Hose. Eichschwamm 16 Lose Joppen so hmmm damit alles bleibt was ist das? ach so Gott jetzt Blach wenn dich im hart Leute also bis zum nächsten mal tschüss